Drück aufs Pedal, gebe Gas und ich halte mich links Und mein wunderschönes Wunderbäumchen flattert im Bild Und ich fahr und ich fahr und ich weiß nicht wohin Und mein tollegrünes Wunderbäumchen flattert im Bild Du hast verloren, wenn du bremst Böse Geister fahren mit Vollgas Bist du zu langsam, überholen sie dich rechts Okay, wir machen jetzt Auf jeden Fall das Digger Jetzt ein Desperados Und ich bin weg von hier Ich hab ständig haarlos Das Format, was uns alle Sehr gut unterhält Wie mich jahrelang das Finanzamt Das Arbeitsamt Die schlechtesten Deutschrap Lines Volume 15, Digger Na, wer da keinen Bock drauf hat Der sollte mal zum Neurologen gehen Und sich mal die Synapsen checken lassen Let's go You're the voice trying to understand it Ein und bleib um Barbecue Ein und bleib um Aber, okay, warte Zeitung schreiben gar nicht gut Ganz im Ernst Das finde ich Das ist wirklich Ich weiß, das ist wirklich Das ist wahrscheinlich der erste Kommentar Wieder unter diesem Video Deutschrap Lines Bla 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 Jiggy Gar nicht mal so schlecht Ich feiere das Aber ich finde das eigentlich Guck mal, es gibt so Dinge, die sind eigentlich nice Außer das Hi Nun Also das Hi Nun ist halt so Ich weiß auch nicht, ob er da Nun sagt Aber was ist Nun? Ich glaube, er meint Nun im Sinne von Jetzt Ich bin Hi Nun Bleib um Barbecue Hi Nun Bleib um Barbecue Und die Zeitung schreiben gar nicht gut Zeitung schreiben Weil das sind gute Reime Hi Nun Bleib um Barbecue Ist auch die U-Silbe Nur das B ist noch die Silbe, die halt stört Zeitung Schreiben gar nicht gut Das ist eigentlich nice, Alter Afternoon heißt ja nachmittags Hi Nun heißt Mittag auf Hi Nun Zwölf Uhr Echt? Krass, Digga Das Afternoon Also das Afternoon Weiß ich, dass das von Rektalen Lustspielchen kommt Nee, Spaß Aber Hi Nun Kann ich jetzt in der Tat wirklich nicht Aber dann ist es doch Noch weniger wack Also es ist halt lustig Wegen der Zeitung Wenn man daraus den Witz zieht Hey Nun Bleib um Barbecue Und die Zeitung schreiben gar nicht gut Gar nicht gut Das ist halt echt lustig Ey Digga Johnny Depp war im Blow auch vieler Doch hinter den Kulissen Ist er nur Schauspieler Dicke Das ist Das ist aber Ey Das ist aber auch geil Digga Und es ist Natürlich wenn es jetzt jemand anderes gerappt hätte Außer Celo oder Abdi Celo in dem Fall Dann würde man sagen Boah das ist halt vom Flow und so Gar nicht so sicher Ne Aber Der rappt halt so Ne Ich find's aber Eigentlich ist es geil zu sagen Von wegen Ey der und der Der war in dem Film auch Dealer Ne Aber eigentlich ist er nur ein Schauspieler Digga Das trifft halt auf 90% Von den Rappern heutzutage Im deutschen Rap Game zu Digga Ey Digga Johnny Depp war im Blow auch Dealer Doch hinter den Kulissen Ist Ach Abdi hat gemerkt Das ist Abdi Digga Sorry Los Er nur Schauspieler Du bist kein A, B, C Du bist ein Z Kommi In Dicke Ich will mich doch dazu nicht äußern Dicke Z Promi Ist so Ja zu der Art wie er es rappt Hab ich schon tausendmal was gesagt Muschig sagen Aber die Zeile Hätte tatsächlich auch so Die ist jetzt gar nicht so scheiße Die ist halt sau da liegen Aber zu sagen du bist ein Depp wie Johnny Ist jetzt eigentlich gar nicht so Gar nicht so So Whack Das ist halt wie so Ich steig ins Auto Und cruise wie Max Oder ich Ey was machst du hier denn den Max wie die Eltern von Kruse Oder ich geh aufs Klo und mach groß wie die Eltern von Toni Oder so Das sind halt so Zeilen Die sind halt so Oder du bist auch mad wie Damon Ne Das sind halt so Zeilen Die sind halt schon Oft vorgekommen Und auch ich hab viele von diesen Zeilen benutzt Ne Die Art wie man sie dann Delivert und halt rüberbringt Und raps Die ist dann halt immer Muss dann halt schon stimmen Dass man sie nicht so rüberbringt Als wär's die überkrasseste Zeile Die schlechtesten Deutschraplines Hello Äh Warte mal Da komm ich halt mit Das ist zu hoch für mich Mein Cut erfreut sich ganz bestimmt schon wieder Wie ich hier die Pausen drück Digga Es tut mir echt leid Äh Boss Aura 2 Muzzletoff Ein Heuchler Ein ganz einfacher Heuchler Das ist lustig Dass er das Bei diesem Part von Odin Boss Aura 2 Muzzletoff Hat er ja in meinem Als er mit mir im Interview saß Koller hat das gerappt Ne Und Ähm Der hat dann Der hat doch dieses Lyrics Buch Da hat er doch diese Alpha Gede Box Alpha Gede 2 Box vorgestellt So Und ich hab's halt überhaupt nicht gerafft Ich war so voll in diesem Aufregungsfilm Obwohl es ging Bei Kolle ging's eigentlich Kolle hat mir relativ schnell den Zahn gezogen So Der war voll cool So Das war echt cool Muss ich sagen So Bei Savas Hab ich wirklich So aufgeregt war Das letzte Mal Als ich vor meinem Schwarm In der Schulklasse Ein Referat halten musste Alter Als er die Treppe hochkam Da hat er sich einfach Savas vor mir Ich denk so Wo denn Meine Jungs sind aus der Kanalisation Aber jetzt sag mal ehrlich Warum rappt man sowas Du hörst dich fatal am Mic an Und wühlst in der Scheiße Wie Kanalarbeiter Du machst mich besser Wenn jeder mich sonst schlecht macht Bist meine Bitch Meine Frau Und meine Schwester Junge Fühlst du nicht den Junge Fühlst du nicht den Das war doch auf dem Thumbnail drauf Bist meine Bitch Meine Frau Und meine Schwester Ah Digga Sag mal Also wie Warum schreibt man sowas Bist meine Bitch Meine Frau Also jeder weiß ja Wie er es meint Aber es ist halt trotzdem So Das ist doch klar Dass das jemand Auf die Goldwaage legt Und zerpflückt Digga Und dann die Melodie Sweet home Alabama Digga Banjo Alle Raps Off Paranoia Banjo By the way Einer der krassesten Rapper überhaupt Immer noch Auch wenn er Ich weiß gar nicht Ob der noch überhaupt Munke macht Aber Banjo Einer der krassesten Spitter Lyriker Überhaupt Rapper Digga Banjo fand ich immer Banjo war so ein Rapper Wenn ich den gehört habe Das war immer so der Moment Wo ich irgendwann da saß Und mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist Weil ich mir dachte Wie krass Kann man rappen Digga Banjo war über Über heftig Digga Aber da rappt Aber da rappt er gerade Als wäre er irgendwie Gerade auf der Flucht Und hätte übelste Paranoia Kicks Alter Auf MDMA Trifft mich um Sex An der Straßenecke Immer noch Hunger Denn diese Rapper Können mich alle Man nur noch zum Blasen wecken Aber es wird dann erst so lustig Wenn du es aus einem anderen Blickwinkel betrachtest Die Rapper können mich noch zum Blasen wecken Ey Olli Die aufstehen Blasen Immer noch Hunger Denn diese Rapper Können mich alle Man nur noch zum Blasen wecken Dicke vergebene Frauen So wie Toni Und wenn die Bitch auf meinen Dick schaut Sagt sie Der ist braun So wie Chris Brown Oder? Der ist braun Wie Schiffstau Zwickau Chris Brown Schieß Ja Wie lustig das Boss Explosive Hier an der Stelle macht Muss man wirklich sagen Kollege Der Boss Wird angerufen Ja hallo Der Boss am Apparat Ey Das Handy klingelt Und sie fragen nach Kollege Dem Morgens schon Giorgio Armani Sackoträger Also die kann ich schon mal Ausschließen Wie Zauntiere Kit Kit Auschließen Wie Zauntiere Hey Ist das Boss Explosive Das ist luftig Marjo würde so nie mein Text Seine hochklassigen Text Sein rappen Genauso wie C Das ist flacher als die Titten der Lady Bittre Ja Wir sind hier ja bei den schlechtesten Lines Johnny Und B Ich weiß ja nicht Das ist ein bisschen zu viel Sozialkritik Deswegen würde ich A Sagen Wie bei hausärztlichen Besuchen Man Das ist eine ganz klare Sache Wie destilliertes Wasser Johnny Ist ja wohl falsch Also bitte Sagen wir doch bitte nur Ey das geht jetzt gar nicht gegen Bushido Jetzt lassen wir Lassen wir die Kuh auf dem Dach So Es ist gar nicht Ich hab Das ist wirklich Jetzt hätte ich bei jedem anderen auch gesagt So ne Aber warum rappt man sowas Warum rappt man sowas Auf Wiedersehen Dankeschön Auf Wiedersehen Dankeschön Das war sehr Das waren die längsten zweieinhalb Minuten meines Lebens Digga Das war richtig unterhaltsam Das kam mir echt länger vor als zwei Minuten 65 Digga Das war richtig gut Das war wieder richtig Ich könnte mir das den ganzen Tag reinziehen Ich sag dir ehrlich wie es ist Das war richtig 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 Das war richtig